Bei ihm dreht sich alles um die Wurst. In der Metzgerei von Uwe Armbröster entsteht die nordhessische Spezialität. Aale Wurst. Wurst ist erstens gesund und zweitens schmeckt es einfach. Dank guter Zutaten. In die luftgetrocknete Wurst kommt Muskelfleisch vom Schwein und sonst fast nichts. Klingt doch tatsächlich ganz gesund. Was aber sagt die Ernährungsexpertin? Für Kritiker ist Wurst schließlich immer noch der Inbegriff ungesunder Ernährung. Die Wurst ist nicht unbedingt ungesund, aber man muss drauf gucken, was ist drin. Und vor allem das Salz und das Fett zu nennen, was vielleicht ein negativer Faktor der Wurst sein kann. Denn die eine oder andere Sorte hat es wirklich in sich. Deshalb lohnt es sich, genau hinzuschauen. Bei der Sommerwurst ist relativ hoher Salzgehalt. Da sind 100 Gramm, 4,3 Gramm Salz drin enthalten. Das ist ein sehr hoher Wert. Erwachsene sollten täglich höchstens 6 Gramm Salz zu sich nehmen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Zu viel Salz kann zu Bluthochdruck führen und Herzinfarkt sowie Schlaganfall begünstigen. Da schlagen 4,3 Gramm Salz pro 100 Gramm schon kräftig zu Buche. Diese Fleischwurst bringt es pro 100 Gramm immerhin noch auf 2 Gramm Salz. Mit 1,7 Gramm Salz schneidet die Mortadella etwas besser ab. Auch beim Fett lohnt ein kritischer Blick. Denn auch ungesunde Fette begünstigen Schlaganfall und Herzkrankheiten. Fettaugen wie in der Blutwurst sind ein Warnzeichen. Der Fettgehalt hier rund 25 Prozent. Ebenfalls einen hohen Fettanteil haben Streichwürste wie Teewurst oder Leberwurst. Als Faustregel gilt, je streichfähiger die Wurst, desto höher ihr Fettanteil. Beide liegen bei über 30 Prozent. Fettärmer sind dagegen Putenbrustsülze und Corned Beef mit unter 10 Prozent Fett. Die Ahlewurst enthält bis zu 20 Prozent Fett. Dabei liegt sie aber noch deutlich hinter industriell gefertigten Salamis. Und was steckt sonst noch in der Wurst? Von Natur aus enthält Fleisch viel Eiweiß, Vitamine und Spurenelemente. Vor allem die Vitamine A, B1, B6 und B12 sowie Eisen, Zink und Selen. Soweit so gesund. Aber wie sieht es mit Zusatzstoffen aus? Das Muskelfleisch wird frisch verarbeitet und nicht erhitzt. Deshalb kommt das traditionelle Pökelsalz Salpeter hinzu. In Ahlewurst kommt bei uns Salpeter rein, wie es früher auch war. Allerdings ist das reglementiert. Es dürfen nur 80 Milligramm pro Kilogramm dran. Salpeter macht die Wurst haltbar und baut sich bei der mehrwöchigen Reifung vollständig ab. Anders als ein anderer Stoff, der oft verwendet wird. Nitritpökelsalz. Auch dieses sorgt für Haltbarkeit und für die rote Farbe. Das Problem ist, dass aus Nitritpökelsalz im Körper Nitrosamine gebildet werden können. Und die Nitrosamine stehen im Verdacht, Krebs zu erzeugen. Nitritpökelsalz kommt bei vielen Wurstsorten zum Einsatz, oft in zu hohen Mengen, sagen Kritiker. Auf der Packung muss es angegeben werden als Natriumnitrit oder E250. In konventioneller Wurst dürfen je nach Sorte bis zu 150 Milligramm pro Kilo zugesetzt sein. Aber nicht nur Natriumnitrit, auch Fleisch an sich soll krebserregend sein. Das brachte die Wurst in die Schlagzeilen. Sogar die WHO warnte im Jahr 2015 vor dem übermäßigen Verzehr. Ab 50 Gramm am Tag steige das Darmkrebsrisiko um 18 Prozent. Das klang dramatisch. Was aber bedeutet es genau? Bei Betrachtung der absoluten Zahlen zeigte sich, von 100 Menschen, die viel Wurst und Fleisch essen, erkranken statistisch gesehen sechs an Darmkrebs statt fünf in der Vergleichsgruppe. Also gerade mal einer mehr. Das scheint wenig, aber das Risiko bleibt. Klar ist, die Menge ist entscheidend. Je mehr Fleisch und Wurst, desto ungesünder. Was aber ist zu viel? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt höchsten 600 Gramm Wurst und Fleisch pro Woche. 600 Gramm, das sieht ja wirklich nicht viel aus. Und wenn ich daraus sieben Portionen formen würde, 80 Gramm, ist das nicht viel. Das sind sehr, sehr kleine Frikadellen. Die meisten Fleischesser kommen statt der empfohlenen 600 Gramm pro Woche eher auf ein ganzes Kilo Fleisch und Wurst. Ein Grund für den hohen Verzehr, Wurst schmeckt einfach gut. Sie ist nahrhaft und macht satt. Außerdem gibt es sie auch als billiges Massenprodukt. Hier entsteht die Wurst in Handarbeit. Mindestens zehn Wochen muss das Brät im Naturdarm reifen. Für Armbröster zählt neben der Qualität auch der Respekt vor der Natur und den Tieren. Dafür investiert er gerade in einen neuen Sauenstall. Die 36 Tiere sollen ausreichend Platz haben. Ich mache das, weil ich von Anfang bis Ende alles in eigener Hand habe. Das fängt beim Getreide an. Das kommt hier in den Schweinedruck. Die Schweine werden geschlachtet, kommen in die Metzgerei und von der Metzgerei wird es in den Laden verkauft. Die Kunden zahlen dafür auch einen höheren Preis. Denn für viele steht der Vorzeigebetrieb für ein Umdenken. Weg vom massenhaften Fleischkonsum hin zu Qualität und Genuss. Der Gesundheit wegen komplett auf Fleisch und Wurst zu verzichten, hält auch Anja Lata für übertrieben. Die Menge macht das wirklich aus. Und wenn man auf ein gutes Produkt auswählt, ist es ein handwerklich gutes Produkt, dann soll man sie genießen und sich darüber freuen. Weniger ist mehr. Wer das beachtet, kann auch sein Wurstbrot unbeschwert genießen. Wurstbrot. Wurstbrot. Untertitelung des ZDF, 2020